Hallihallo liebe Leute und ich grüße euch. Morgen am Mittwoch, den 13.12. gibt es wieder ein Stream. Und wir werden uns nochmal in den Schaffler im Wagen und den sozusagen noch ein bisschen weitermachen. Und das Spielechaos weiter aufleben lassen. In der Hoffnung, dass ich vielleicht irgendwann auch mal eines der 23 Spiele durchkriege. Was wahrscheinlich ein bisschen dauern wird, aber... Möge das Chaos herrschen. Ja, um 16 Uhr geht es los. Und wenn ihr Lust und Zeit habt, könnt ihr gerne dabei sein. Würde mich freuen. Deswegen, ja. Wenn ihr schaffen solltet, dabei zu sein, wäre super. Und ja, sonst würde ich sagen, werdet ihr die Aufnahme sowieso dann später auf YouTube dann sehen, wenn ihr es nicht schaffen solltet. Von daher, ja. Verpassen wir alle dir nichts. Gut Leute, dann würde ich sagen, etwa bis zum Stream. Ansonsten, ja. Bis mal meine anderen Parts. Oder vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen.